Ich bin jetzt total blöd. Wo habe ich denn die Zäune getan? Herz, Bane und Co. Oder habe ich erst mal Möbel und Deko? Okay. Das muss man auch mal wissen. Gut. Zäune ab jetzt bei Möbel und Deko. Eigentlich ist es eine Wand. Ja. Kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das mal umsortiere. Jetzt nicht. Lass mich noch einsammeln. Und genau. Ja. So. Jetzt wollte ich es mit den Plattformen. Und zau. So. Jetzt. Wie habe ich gesagt? Durch elf. Äh. Nein. 108. Neun. Reit. Ja. Doch, 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 doch. Alles gut. Ähm. Dann müsste es theoretisch gehen. Wenn ich das alle zehn mache. Eine Fackel. Eins. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fackel. Okay, mal weg da. Ist das zehn? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fackel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Fackel. Eins, zehn dazwischen. Tausendste habe ich hier. Okay, ja, nee, ist klar. Und nochmal. Ein. Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fackel. Dass man für sich zehn Jahre sitzt. Man, sind das viele nerviger hier. Äh, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fackel. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fackel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fackel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fackel. Und es sind tatsächlich zehn Stück Platz. Und jetzt, ja, gut hinbekommen mit dem Ausrechnenplan. So. So, jetzt porte ich mich zurück. Das kann schon mal wieder da rein. Das kann. Brauchen wir nicht mehr. Was kann ich da? Was hatte ich da? So. Das brauche ich niemals als Favorit. Das brauche ich niemals als Favorit. Ja. Jetzt decken wir mal alles weg. Mal gucken, wie das ist. Von der Zeit her, ob ich da noch ne... Äh... Ja, Anschrägung. Verungleichmäßig-Machung. Ich, bla, Aktionen mache. Sprich... Man bin ich an einem Faseln. Ähm... Sprich, ob ich da so ein bisschen... Mit dem Hammer da ein paar Schrägungen, ein paar Halbblöcke und so weiter hin mache. Ja. Was gerade völlig egal war. Basteln. Darf auf Regrowth. Ja, schön. Blöck und Co. Nein, nein. Eichen und Kräuter müsste das sein. Und da, nein. Death to be Seeds. Mach Schuh, klar. Glas, genau. Grass seeds. Machen wir mal nur auf jetzt, aber macht nichts. So. Mal probiere ich noch mal die Frog Legs aus, aber vorher will ich noch mal lesen, was sie so genau bringen. Dirk benutzen, groß weiß ich sie nicht. So. Wie auch immer. Da, 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 da. Da auch, Nerven und Bolzen, so das habe ich schon wieder alles hingemacht, gut, äh, ja, ähm, packen wir den mal dahin kurzzeitig, ja, die Farbe kann mir später noch passieren. Sooooo. Nervig auch 10 hier. So. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Hörst du nicht, was die blöde Blume wegmachen? Scheiss Sporen Spunt Pils Spuren Aua Äh Ja 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 Soooo Achso, da haste man die Harpien Ah, komm, reicht's So Gut Ähm So, ich mach jetzt, jetzt bin ich weitestgehend fertig Das mit dem schrägen, dann fast, hab ich hier ja auch noch nicht gemacht Egal, das hab ich hier nirgendswo gemacht Okay Ähm, ich mach jetzt auf jeden Fall die AngelQuest, sortier den Kram ein und gut ist Jetzt zum Abschluss praktisch der, na vier Folgen Power-Aktion Die durch eine viel zu lange AngelQuest unterbrochen wurde Hätte ich mal gleich Äh Dschungel direkt geangelt, statt im künftig angelegten Wie auch immer Da Dann nochmal noch eine Request neu Oh, falls ja irgendwelche vier kehren müssen Das ist alles Das ist alles Alles Favoriten Das ist alles Alles Favoriten Ähm Den Oder Irgendwas besseres Rollender Wurm Okay Den würde ich aber Zwei Buggy Sluggy Grubby Bombi Fischi Ähm Ja, wie auch immer Ja, egal, komm, nehmen wir das so Warst schon Habe ich jetzt alles dabei Angelegt? Habe ich das komplette angelegt? Woah Jo Ach Ich habe mir dieses Phishing Skill Irgendwie sowas anderes macht der nicht, ne? Naja egal Ist der runtergefallen? Ja Das die irgendwie immer die Wolke runterhüppen da naja gut können sie gerne Bayjump machen in der Tundra Pengfisch also mach nicht Peng, das ist ein Penguinfisch ja, schön so gucken wir mal was wir in die Tundra kommen ob das auch an der Bound zählt wahrscheinlich nicht dann würde ich mal hoffen, dass ich auch eine normale Tundra irgendwo habe hier nicht das können wir schon mal wegmachen das war ja von uns dann experimenten mit den Teleportern beziehungsweise wo wir nicht rausfinden konnten wo jetzt der Haken war schön da ist nochmal so so den brauche ich eigentlich nicht, aber egal Kofferfisch wieder dann fangen wir auch Tonnen weiter mit Latic Court gleich mal gucken, ob der Schleim aggressiv ist oder irgendwo durch mich durch springt springt durch mich durch die sind nur nachts denn aggro sozusagen Iron Crate Bombenfisch der See ist natürlich so groß da gibt es keine Abzüge in der B-Note von wegen zu kleinem See Pinkfisch gut dann noch das geh weg geh weg wesensumschleine rechte ich mir nicht mir keine Sorgen machen das ist toll als ob das so 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 Sooo Crate Boah Barsch Da müssen wir nichts mehr allein aneinander Ja, einfach weitermachen Ich will noch ein paar Crates rausholen Ich werde die Cords... Cords... Müsste ich auch hören Ich glaub Cord heißt Dorsch Äh Wieso kurde ich nicht einfach mal nach? Mach ich auch Was wollte ich noch nachgucken? Habe ich vergessen Super Weiß nichts an Doch Wooden Crate Aber die Crate Potions lohnen sich Ich kann ja auch noch mal nach Noch bald ein Packer fischen Kann ja auch bald weg tun Noch Wooden Crate Und bald ist auch Schluss mit Ups Komm schon Ausgelaufener Buff Nachbuff Tue ich nicht Äh ja Ich muss mal einsortieren Hallo? Oh So Schöne Shake-Code angeschissen Egal er ist hingeportet Angeln So 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 Da sind wir Da hin Und Jetzt können wir die Crates aufmachen Letzter Healing Potion Müll Woll ich sagen Brauchen wir nicht Titanium Bar Ja Davon haben auch keine mehr Master Bait Habe ich alle rausgenommen aus der Tasche Diese Kiste hier habe ich Hallo Pufferfisch Das ist wahrscheinlich im movement 1 noch drin Ja Gut Jetzt mache ich das im movement 2 Davon habe ich auch 4 Stück Mhhh Das ist ein normaler, also kann ich einen davon weg, maximal drei Möchtern davon haben, so, gut, die kriegen wir mal wegpacken, ja, es sind, es gibt kein Präfix bei Jewel Hooks, bei Hooks allgemein, so, Punkt. Ähm, ja, das dazu, Frogleg, ah, ja, da wollte ich auch nachgucken, aber nicht nur das, so, die Fliegen habe ich irgendwie auch alle rausgenommen, nach links Pengfish, Titanium-Bahn, Erze-Bahn und Co, das Titanium-Ohr, ja, ich brauche bald eine neue Kiste. Erze-Bahn und, äh, keine Ahnung, eins und zwei, was ist da? Glöcke und Co. Hm, ja, muss ich mal schauen, wie ich das umsortiere später. Ja, ich fach hier auch die Klunker irgendwo anders rein. Edelsteine, das ist ja auch schon mal ein bisschen, ne, äh, was wert. Äh, er ist immer noch da rein. Guten Morgen. Ist noch nicht nackt geworden. Also wäre er ja automatisch da, hier hingespawnt. Quicks, äh, Quicks, genau. Äh, Quest. Ship in the bottle, can be placed. Hm. Wo ist der Pirat? Er ist wahrscheinlich noch in der Schäbingbude. Ne, der ist schon da oben. Selbst kriegt er ein Schiff, ein Buddelschiff. Brot er genau. Ist er schon mal, ist er irgendwie da hochgegangen? Ich meine, die gehen auch Treppen rauf und runter. Ah ja, da oben. Gut. Er kriegt da ein Buddelschiff, genau, ein Buddelschiff hin. So. Und er kriegt ein bisschen Beleuchtung. Ein bisschen mehr Beleuchtung, würde ich sagen. Äh, le Buddelschiff. Wird eigentlich auf den Tisch, aber egal. Ich werde dir das sowieso mal ein bisschen besser einrichten hier. In eine größere Bude oder so. Egal. So. Noch Engward. Achso, ich dachte, er hätte jetzt gerade mal eine. Was ist denn der Hinterkopf, der so komisch aussah. Oh, schon wieder fast 10 Gold voll gehabt. Äh, deposit all. Ach, der Safe geht auch da rein. Na gut. Na gut, geht alles rein. Wahrscheinlich. Gut. Ein Platin haben wir wieder zusammen. Nachdem er ist da, der Aktion Teleporter in Richtung. Dungeon, äh, alles verbraten haben. Fast alles. Na, eigentlich alles. Na, das ist auf Null runter. So. Gut. Gut. Jo. Äh, was will ich noch als nächstes machen? Hm. Will ich noch weiter was mit der Pilzwolke? Oder will ich mal einen Boss machen? Äh, was will ich noch? Äh, was will ich noch sagen? Äh, was will ich noch sagen? Ich glaube... Und ich gucke mal, ob ich jetzt schon die nächsten... Ja gut, äh, es gibt ja nur noch einen, äh, der überbleibt. Äh... Den dritten der drei Mech-Bosse. Mache. Nur mal abschätzen, wie viele Folgen wir so noch haben über... Geschätzt, äh... Vier plus drei. Ich mein, ja, ne, äh... Dreißig waren es vorher. Sieben und dreihundzwanzig. Ja. Äh, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Uns mal kurz zusammenzufassen. Äh, vielleicht werde ich das noch mal begradigen. Und vielleicht auch noch hier die letzten der drei Bosse. Oh, das hab ich ganz vergessen. War das die Mitte? Ja. Ähm. Oder auch hat sich... Na, gut, fast alles vervollständig. Geht das nicht richtig da? Sicherlich. Ähm. Sonst muss ich das halt ein tiefer machen. Ja, aber nicht jetzt. Äh, ja. Wie gesagt, es gibt noch einen von den drei Mech-Bossen. Sag ich jetzt eben zum dritten oder vierten. Die tausendsten Mal. Ähm. Und zwar... Äh, die Twins. Das heißt also... Entweder ich mach nächste Folge... ...noch da hier... ...die letzten... ...die letzten paar Arbeitsschritte praktisch hier in... ...komm, das machen wir jetzt noch. Wie grau die Wölfe da aussieht. Ja. Ja. Äh. Okay, ich sah nur... ...bei der Hintergrund ist klar. Gut, okay. Äh, ja. Genug gequatscht. Wie gesagt, beim nächsten... ...irgendwann mach ich... ...viele bunte Sachen. Was wollte ich noch nachgucken? Habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Äh. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal... ...und ich verabschiede mich wie immer mit einem... ...bis denn... ...dann. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Bis zum nächsten Mal.